Tadaaa! Leute, Mischief Makers! Wir sind zurück und wir haben die vierte Welt das letzte Mal abgeschlossen. Wir haben Doris besiegt. Den ersten Boss, den wir, glaube ich, in wirklich einem einzigen Video geschafft haben. Oh mein Gott! Premiere und... Jetzt können wir uns auf den Weg machen und es kommt. Ich wusste, dass er der Katzi kommt. Es war so klar, dass er der Katzi kommt. Egal. Ich bin glücklich, dass du zurückkommst. Versuch, dass du nicht wieder zurückkommst, Prof. Und ich mache mein Bestes, dich zu schützen! Jaaa! Und da oben tut sich schon was. Und jaaa! Natürlich! What? Nicht wieder! Sie haben wieder zurückkommst, den Prof. Na und? Sie benutzt seinen Kopf aus Trampolin. Und jetzt ist es abgekommen und ich... Das war ein Fehler. Der wird jetzt eh wieder entführt. Das kennen wir doch. Hm. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ja, ich auch. Und jetzt passiert irgendein... Es war so klar, siehste? Oh nein, der ist schon wieder. Prof. ist so hart! Ich habe wieder zurückkommst. Den haben wir getötet. Warum ist der wieder da? Nicht wieder! Okay, okay! Meine Bestenie ist live mit euch! Mach was ihr müsst! Ahhhh... Der macht doch nicht mal was mehr! Der wehrt dich jetzt nicht mehr mehr! Der hat keinen Bock mehr was... Genau! Verbrü... BAM! Verprügelt ihn! Verprügelt ihn! Und warum lebt der eine Typ da wieder? Ich hab ihn umgebracht! Ihr habt's gesehen, wie ich ihn getötet habe! Er ist explodiert! Er hat sich nicht mehr mehr gewehrt! Ich hoffe, irgendwann kann ich mich nochmal dafür rechnen, weil der Typ, der geht immer auf den Sack langsam. Aber richtig! So ein hässlicher Spacken! Der ist rot! Und jetzt kommt Marina wieder! Hallo! Ich hab dich allein gelassen, Professor! Marina, du bist... Ach, egal! Hm? Ahhhh... Not again! Ja... Guck mal, sie ist schon ganz... Oh nein! Nicht schon wieder sowas! Ich seh nix! Leute, ich muss kurz das Grafikplugin wechseln! Bis gleich! So! Okay! Weiter geht's! So, ähm... Wie spreche ich einen Vogel? Und jetzt lehnen wir sogar aus! Oh mein Gott! Okay! So spreche ich auch die Clans... Ach egal! Mir fällt keine andere Stimme jetzt wieder rein! Ich seh! Wir sind näher nahe zu den Konquer in der Universität! Aber eine Sache ist immer mich! Natürlich! Es ist Marina! Our true victory will come with her defeat! Oh, oh, oh! Der letzte! No, no! I meant the Prophet! Wie sie ihm alle nicht zuhören! I can't believe that she was able to defeat both Luder and Terrors! A bit strange is no match for me! I swear on this golden spear that I'll defeat her! Und weg ist er, ne? Kommt! Hauachab! Ja, es war so klar! Niemand hört den Emperor zu! Arrgh! Not you too, Mirko! You guys never listen to me! I want you to kicknab their Prof! With their first for justice that blind them like this... It's a bit complicated! Boomska-Boomsa! Und was? Die lebt auch noch! Sie ist doch auch tot gewesen! Warum kommen die alle wieder?! It's okay, Sir! I must hear you from Terrors! And you've grappled with the Prof! They're on their way back and shouldn't be here to the moom... Any more, man! If that's so... Well done! Arrgh! 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 Boah, das wären viel zu viele, um gegen die All zu kämpfen. Oh nein, ich freue mich schon auf den goldenen Kristall hier zu suchen. Ich wette, irgendeiner von denen hat den. Irgendeiner. Und dann kommt man natürlich nicht so auf die Idee, wer da sein könnte, weil... Bums, tot. Weiter. Yes, yes, yes. So, zwei Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bosse. Wirklich Mini-Mini-Bosse in einem Level schon. Oh, wow. Okay, Moment, du kommst dir bei Cut vor. Cat-Clancer? Cat-Clancer? Ach, egal. Ich nehm dich mit. Ah, genau, die Knarre will ich haben. Hallo, 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 Leute, hallo. Was ist hier los? Ich will nur die Pistole haben. Buschka, yeah. Ach, scheiß doch drauf. Scheiß doch, der Hund drauf. Okay, und wir springen einfach durch. Es sah irgendwie nur so aus wie Cat-Clancer. Scheinbar war es das aber doch nicht. Toll, es hat jetzt vollgebracht, dass ich die mitgenommen habe. Ich bin ja... Okay, einfach durchrushen ist wohl auch die bessere Möglichkeit. Und wieder so einer... Was für ein spannendes Level. Na gut, nach der ganzen Level-Innovation, die Mischiefmaker uns hier jetzt geboten hat, schon... Da darf auch mal so einen Scheiß kommen, weil das Level ist langweilig. Ganz ehrlich, es ist einfach langweilig. Ich meine, hallo, ich renne die ganze Zeit nur nach rechts und... Warte darauf, bis Endgegner Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Bosse kommen und... Ja, toll. Und die kille ich dann. Ja. Ne, immer noch. Grün. Komm, wir gehen jetzt sämtliche Farben des Regenbogens durch. Ah, danach kommt dann also... Jedenfalls kommt danach irgendwas noch. Sag ich jetzt weiter... Bitte. Bitte Level-Ende oder so. Bitte, 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 bitte. Oder wahrscheinlich wartet am Ende... Ja, juhu. Wir haben dieses unglaublich... Ausregende Level geschafft. Ja, das war total spannend. Und so. Quasi. Continue. Yes, we continue. Counter-Attack. Und gleich kommt schon ein Boss... What the fuck? Cool. Ja, wir dürfen mal wieder... Moment, da ist ja unser... Dieser ekelhafte Spacken. Ja, den kriegst du von mir. Oh, yes. Wir wehren uns langsam auf den Ziel gerade. Das merkt man. Das Spiel geht in die Weave-Runde. What the... Okay. Gut, dass das Ding fliegen konnte. Ja, das hab ich jetzt allerdings nur... Taurus geschlossen, da der Vogelstraufe bei Donkey Kong auch fliegen konnte. Also, naja. Fliegen. Er ist sowieso... Nach einer Zeit ist er runtergefallen. Aber ist egal. Egal. Es zählt. Alles. Auf, was zum... Na, toll. Zu spät gesprungen. Na, egal. Bumm. Bumm. Ja, komm, komm, komm. Bumm. Alalala. Dich haben wir schon mal gekillt. Warum sollten wir das nicht wieder tun? Du hast keine Chance. Ja, komm. Werf deine fliegenden Bomben. So, yes. Hier ist ausgewichen. Und warum... Meine Energie leistet sich jetzt. Warum sinkt die die ganze Zeit so stetig? Ne, Quatsch. Sie springt die ganze Zeit nach vorn und nach hinten. Sie tanzt. Everybody tanzt. Na, das hatten wir schon mal. Da, Vogelstrauß. Vogel, Vogel, Vogelstrauß. Level geschafft. Yeah, wir machen wieder schnelle Fortschritte hier. Und what the fuck. Das heißt, oh man, das Spiel neigt sich immer mehr dem Ende. Und irgendwie ist das traurig. Na, egal. Aber beast the one. Beast, schon wieder Bienen. Yeah. Yeah. Ey, Kumpel, dich kennen wir doch noch. Ein sel... Nein. Oh mein Gott. Ich hätte anmüssen, dass irgendwann noch ein selbst scrollendes Level kommt. Ich meine, Mischief Makers hat so eine unglaubliche Level-Innovation, dass das nur eine Frage der Zeit war. Und hier ist die Zeit schon verkackt, ey. No, 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 no. Selbst scrollendes Level. Aber es ist nur eins. Hoffe ich. Oder das restliche Spiel bleibt jetzt so. Aber das glaube ich weniger. Aber es ist auch ein lustiges Level. Wee. Oh, die letzten Level sind cool. Naja, bis auf das erste Level von Welt 5. Das war ein bisschen kacke. Aber es ist egal. Es ist egal. Wir sind ja... Wir haben eine Biene und können die Leute lustig rumschmeißen. Die dann wie Raketen wirken, wie man sieht. Busch. Und das ist irgendwie romantisch. Weil guck mal hier, die ganzen... Na, romantisch. Vielleicht das zweite Wort. Aber egal. Die ganzen Gegner. Gut, das ist jetzt der erste Gegner, Mann. Aber ein Gegner, den wir zuvor noch geschlagen haben, kommt jetzt. Hilft uns. Das ist ergreifend. Und sowas mag ich immer. So, das ist cool. Verletzt die Biene sich eigentlich auch, wenn ich die mit den Raketen in Rührung kommen lasse. What the f... Ah, okay. Ein bisschen heilen, ein bisschen heilen. Runter, schnell rein. Und ein paar Rote sammeln. Die können wir immer gebrochen. Für Continuous oder für Misses Hint oder... Und das war's schon. Oh yeah, das war's. Oh mein Gott, Leute. Wir kommen rasend. Schnell voran. Rasend. Und da ist er schon. Jetzt schon. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen... Ich würde sagen...